Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Instabile, Halswirbelsäule, Kopfgelenksinstabilität, Kopfgelenkssymptome. Und ja, mein Name ist Uli Gottfried. Ziel dieses Kanals ist, einen Wissensaufbau im deutschsprachigen Raum durchzuführen. Das wollen wir heute auch wieder. Ich habe einen Gesprächsgasten, Ben. Ben, hallo. Freut mich, dass du dich heute eingewählt hast. Ja, hallo Uli, grüß dich. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich und bin schon ganz gespannt. Genau, ja, wir haben heute auch ein spezielles Thema auf vielfachen Wunsch. Ich hatte es erst unterschätzt, weil ich gedacht habe, naja, einen Standard wird es da nicht geben. Nämlich das Thema Kissen. Kissen bei Halswirbelproblemen, bei Schmerzen in der Halswirbelsäule, beziehungsweise halt auch bei instabiler Halswirbelsäule. Und da wollen wir uns heute, Ben, einfach mal unterhalten und schauen, ob wir, was wir schon alles gemeinsam ausprobiert haben und was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Bevor wir einsteigen, Ben, magst du etwas zu dir sagen? Also jetzt nicht Nachname Wohnort, sondern eher so zu den Symptomen und was du glaubst, was die Ursache war? Ja, also ich fange mal an. Ich hole mal ein bisschen aus. Das erste Mal, dass ich mit einem der Kernsymptome, Schwindel, Herzklopfen, also diese Blutdruckspitzen, sage ich auch einfach mal, zu tun hatte. Das war schon im Jahr, ja, 2022, wo ich das dann merkte und dann habe ich also den Klassiker angefangen. Also erst mal Hausarzt, der sagt Schwindel, okay, was für eine Art. Und da gibt es ja diese Unterscheidung, immer Bewegungsschwindel und paroxysmalen Lagerschwindel etc. War dann auch beim HNO. Da wurde ich dann auch weitergeschickt, als da, ja, also am Anfang hieß es, es wäre dieser vom Ohr mit den Kristallen, ne, dieser Lagerungsschwindel. Da hat man mich dann auch mit Beta-Histin ausgestattet. Und diese Schwindelübungen, die ich halt für einen Gleichgewichtssinn machen sollte. Und ja, dann ging es halt weiter in Richtung Neurologe. Der hat dann wohl auch nichts festgestellt. Und ich war da sogar zweimal, ne. Und das hat sich aber dann nach einer Zeit wieder gelegt, ne. Ich habe auch damals mal einen Orthopäden aufgesucht. Und der hat mir dann, also, das kommt jetzt zu dem Punkt, was habe ich schon probiert. Ja, also der hat halt hier praktisch eine Blockierung auf TH5, also obere Brustwirbelsäule festgestellt. Was ja auch immer bei Kopfgelenksproblemen ein sehr, naja, ich sag mal, angesprochener Bereich auch ist. Und hat die gelöst und hat mir also oben Lidokain, Prokain, also Neuraltherapeutisch, was infiltriert und sagte, komm nächste Woche nochmal wieder. Das haben wir dann zwei, drei Mal gemacht. Das hat schon, glaube ich, auch ein Teil geholfen. Und dann hatte ich auch erst mal einige Zeit lang Ruhe. Und dann hat sich das aber, nachdem ich mal Crossfit mit einem Kumpel in München während meiner Weiterbildung gemacht habe. Und wo ich dann so über Kopfdrücken, 55 Kilo, also das ist eigentlich eine total blöde Bewegung. Also dann nimmst du wirklich diese Langhantelstange und drückst sie so über den Kopf. Jetzt mit dem Kopf nach vorne wieder zurück. Also auch etwas, wo man natürlich viel falsch machen kann. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte dann ganz häufig diese blitzartigen Schmerzen. Also das schießt mir dann durch den Körper wie so ein Blitz. Und ich bin so richtig blockiert und weiß gar nicht, was passiert hier. Da dachte ich erst mal, ja, Bandscheibenvorfall. Und dann wurde halt auch ein normales MRT gemacht von der HWS und der LWS auch. Und was halt interessant war, es wurde in beiden Bereichen eine Steilstellung festgestellt. Was auch schon erst mal der Indikator war, okay, da ist was. Mir hat man dann ärztlich in den Auswertungen gesagt, okay, hat jeder Mensch, kommt ganz häufig vor, Handyhaltung etc. Ist muskulär so. Physiotherapie. Da habe ich dann ein gutes Jahr lang Physiotherapie durchprobiert. Ich war auch zweimal bei einer Osteopathin. Das hat mich ehrlich gesagt noch mal mehr abgeschossen. Also es war dann ganz extrem mit dem Schwindel und der Benommenheit. Also das war ganz lange Zeit, das Leipzig. Und dann hatte ich es auch immer wieder, dass ich das nachts so aufgewacht bin, so wie so Panikattacken, Herzklopfen oder morgens nach dem Aufstehen. Oft mal geht mir die Drüse und ich denke, was ist los? Gucke hier auf diese tolle Biofeedback-Sportuhr, die mir das dann auch so noch mal bestätigt. Ja, und also wirklich schon noch mal zum Hausarzt, bis ich dann irgendwann mich dazu entschlossen habe, nach Recherche, wie ich dann auch auf deinen Kanal kam und auch die Simone, die den Ratgeber instabile Kopfgelenke geschrieben hat. Das habe ich mir ganz früh geholt in meinem Verlauf. Und ich muss auch sagen, ich bin dann noch mal in der Spezialklinik, die dann speziell für spezielle Wirbelsäulenchirurgie war. Und da habe ich es dann auch geschafft, dass man mir das Upright MRT sozusagen auf gesetzliche Kasse empfohlen hat, was ich sonst hätte selber zahlen müssen. Aber da bin ich auch bei einer Krankenkasse, wo da ein bisschen was möglich ist. Und ja, dann hat es sich bestätigt, so der Verdacht, den ich dann schon hatte. Und bei mir ist das dann eben das Problem zwischen C0, C1 und hauptsächlich, wenn ich den Kopf aber auch nach rechts abkippe, also nach rechts oder links. Die Verschiebung zwischen Ablass und Achse. Genau, also der schiftet vermehrt nach rechts der Achse und also zum Mühlen habe ich einen Millimeter Platz. Das heißt schon eine sehr enge Kiste da oben. Und naja, gut, also man kann mir jetzt nicht so richtig sagen, ist das der Mühlenkontakt, dieser einschließende Schmerz? Also ich hatte den auch auf dem Fahrrad. Also ich habe sportlich immer viel gemacht, das muss ich auch sagen. Skateboard fahren habe ich lange gemacht, jahrelang. Da ist man auch viel gefallen. Ich erinnere mich immer noch, also man fängt ja an zu überlegen. Und also für mich ist es auch diese Crossfit-Trainings-Einheit, der Tropfen aus dem heißen Stein. Gut, ich hatte zweimal Corona, ich bin entsprechend dreimal geimpft. Ich denke, das hat alles noch mal was, das fast zum Überlaufen gebracht. Als Kind ein paar Mal gefallen auf dem Hinterkopf und so Sachen. Also ich hatte mich neulich auch noch mal unterhalten mit meiner Mutter und sie sagte, naja, du warst schon, hattest du mal so eine Phase, da warst du häufig krank und so. Und da habe ich mich dann so zurückerinnert, naja, wer weiß. Also das ist halt so ein bisschen meine Erklärung, dass es ein Mix aus wirklich diesen Sachen ist. Diese Trainingseinheit war der heftige Auslöser, weil ich halt auch gestehen muss, ich habe lange Marathon gemacht, hatte das mit Leidenschaft betrieben. Ich habe aber immer schon so gemerkt, irgendwas fühlt sich hier komisch an. Da war immer so eine Spannung auf dem Bereich in der HWS. Und irgendwann fing ich dann an, nach Marathon mehr in dieses Krafttraining zu gehen und fing dann natürlich auch mehr an mit diesen Schultergeschichten. Also das ist für mich irgendwie schon alles ganz schlüssig. Und da war ich auch froh, dass ich es dann schwarz auf weiß hatte in dem Befund, weil, naja, wie es dann halt so ist, wird man auch viel gesagt, ja, fahr mal deinen Stress runter und so. Ja, genau. Also bei mir war es auch sehr emotional. Ich habe es ja auch mal gesagt, also ich hatte Tränen nach dem Upright MRT, weil man es dann endlich klar weiß, dass wir nicht Verrückte sind. Ja, definitiv. Und auch der Verlauf, ähnlich wie du, also ich glaube auch, also wir haben ja Injury-Course auch bei mir gemacht, ja, einen Unfall am Kinn, mit dem Fahrrad, zwei Autounfälle. Also es war nicht das Ereignis. Und bei mir hat dann eine falsch eingestellte CMD-Schiene praktisch die Muskulatur hinten völlig abdrehen lassen. Die war einfach falsch geschliffen und dann seitdem praktisch, ja, war dann völlig Ende. Da kommt dann einfach irgendwann noch ein Punkt dazu und dann kannst du nicht mehr kompensieren. Ja. Ja, total. Genau. Kissen. Ben, Kissen. Ja. Sag mal, was ist deine Erfahrung? Was ist dein bestes Kissen? Was hast du probiert? Lass uns ein bisschen teilhaben. Ja, ich sag mal immer, mittlerweile, wie man sich bettet, so liebt man, ne? Ich hab, also damals ja schon im Studium hatte ich das auch mal, also ich dachte irgendwie, boah, HWS, da hast du irgendwas verdreht, keine Ahnung. Und, also es ist jetzt schon 13 Jahre her. Ich hatte damals meine Partnerin und die schenken mir dann das Röwer Nackenstützkissen. Also ein baden-württembergischer Hersteller. Das hab ich lange Zeit benutzt und auch eigentlich sehr gut vertragen. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass ich da irgendein Thema hab, so, ne? Also das Thema war dann einfach gar nicht bei mir im Leben präsent. Also das war eins für, das hatte so verschiedene Teile, ne? Das kostet halt so zwischen 120, 130 Euro, ne? Und also so ein spezielles Nackenstützkissen. Ich geb mal kurz mein aktuelles. Also von der Form her, ähm, sieht man jetzt hier, man sieht, das hat eine... Also es war dann so ein ähnliches wie das hier, kann man sagen? Genau, nur dass du, ähm, also hier ist ja die Form, ja, die ist stark vorgegeben, ja? Du hast also, ja, einen Kern und du hast diese Form, dicke Seite, dünne Seite, in der Mitte dieser Schwingung. Und wo quasi dann ja der Kopf sozusagen rein soll, damit die Wirbelsäule halt irgendwie in einer Linie bleibt und nicht so abgeknickt wird über Nacht, ne? Und, ähm, dieses Rövernackenstützkissen, das hat allerdings, da kannst du in der Mitte, ähm, das aufmachen. Ich mein, gut, das hier hat auch so ein, äh, das hat so einen Reißverschluss, ja? Und ich könnte es jetzt auch aufnehmen und, aber ich kann halt am Kissen selber nichts machen. Und da kannst du wirklich, was ich sehr positiv finde, du kannst die Lagen unterschiedlich bedienen. Du kannst eine rausnehmen, du kannst eine reintun. Und, also, das ist so richtig ergonomisch geformt und das soll halt dauerhaft stützen. Und, ähm, also, mir ist das jetzt nochmal eingefallen. So, weil, warum hatte ich das irgendwann nicht mehr? Ich hatte dann ganz lange Zeit diese normalen Kissen und dann immer so aufgestützt, ne? Sprich, ich lag dann immer sehr, so, glaube ich, in der Erhöhung leicht, ne? Und, ähm, ja, da fällt mir natürlich auch ein. Das ist auch noch was, wo ich nicht erwähnt habe, nämlich diese Schlafstörung, diese Problematik. Ne, du wachst früher auf. Manchmal klappst du mit dem Einschlafen nicht, aber das Durchschlafen ist eigentlich ein Kern. Und wie ich ganz oft, äh, morgens am Klagen war, boah, ich fühle mich so benommen und ich habe nicht richtig geschlafen. Und da denke ich auch so heutzutage, naja, gut, du hast lange ja auf so einem Standardkissen geschlafen. Wer weiß, was das dazu beigetragen hat, ne? Weil man sich ja nachts im Prinzip auch immer am meisten antun kann in unserer Geschichte. Wenn die Spannung einfach auf der Muskulatur nicht mehr ist. Und, klar, also das war jetzt so das erste Kissen, was ich hatte in dem Bereich. Das habe ich aber irgendwann nach dem Umzug mal bei meinem Vater liegen lassen, weil ich so dachte, ach, naja, gut, hast du mal ein angenehmes Kissen, wenn du den besuchst, ne? Und, genau, also dieses Kissen von Röwer kann vier Höhen individuell einstellen, ne? Also da hast du wirklich so Varianten von 6, 8,5, 11, 13,5, so. Aber wenn du meinst wirklich, dass dieses Nackenstützkissen, was du ja jetzt auch verwendest, ja, dass dir das besser tut, wie jetzt normalen Standard 90 mal 90 Kissen, Federkissen? Bin ich schon der Meinung, ja. Ja, also ich muss sagen, ich hatte das mal, als ich dann zu meiner Freundin gefahren bin, da hatte ich es vergessen, da hatte ich es nicht mitgenommen. Und einmal habe ich es auch auf der Weiterbildung im Hotel liegen lassen, da musste ich auch Zeiten ohne Kissen klarkommen. Ich kann gleich vielleicht nochmal ein Kissen holen, was ich nochmal als Pendant zeige, was ich dann verwendet habe. Nämlich, das ist auch relativ flach, relativ dünn, ist auch eins von diesen Standardkissen aus dem Repertoire vom ehemaligen, ich weiß gar nicht, ob ich hier die Hersteller nennen darf. Ich mache es einfach mal, ich habe es halt bei dir. Es gibt keine Werbeeinnahmen, also alles gut. Also, das habe ich dann bei Jusk, genau, beim dänischen Bettenlager damals geholt, ne, und damit bin ich dann eigentlich in der Zeit ziemlich gut klargekommen. Bei den anderen Kissen, also als ich dann da gelegen habe, habe ich schon irgendwie für mich gemerkt, wenn ich mich da falsch drauflege, dass dann dieser Schmerz wiederkommt, ne, dass dann irgendwas da passiert, was halt ungut ist. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen Kopfsache, aber ich habe mich ehrlich gesagt, seitdem ich dieses Nackenstützkissen habe, nicht mehr so ganz getraut, umzuwechseln oder es vermieden, sage ich mal, ne. Also, ich glaube, eine Nacht ist relativ noch okay, aber wenn es jetzt dauerhaft wäre, ich weiß nicht. Normalerweise nimmt man das Nackenstützkissen ja so, dass du die hohe Seite im Nacken hast, gell? Genau. Du hast aber gesagt, du hast es andersrum, ne? Richtig, genau. Ich meine, wir haben jetzt ja das Thema Kissen gehabt, genau, ich glaube, jetzt sieht man es nochmal gut, ne. Genau, ja. Das heißt, ich lege mich immer hier auf diese Seite, weil ich irgendwie bei der Seite den Eindruck habe, das ist zu hoch. Ja. Da liege ich irgendwie dann total, also, dass das irgendwie nicht passt mit meiner Anatomie, dass ich so denke, ne, also, da liegt der Kopf irgendwie auf dem hohen Ding, das heißt, dann wird ja wieder was abgeknickt. Ähm, ich meine, vielleicht nehme ich das auch nochmal auf mit einer Kamera und überprüfe das, ob das wirklich auch so ist. Aber ich habe das eigentlich nach einer halben Stunde Probeliegen, habe ich dann entschieden, ne, das machst du mal besser nicht, ne? Ja. Und dann habe ich eben, ja, die dünne Seite von diesem Memory-Schaum-Konturkissen genommen. Also, das ist halt dieses Einfache von dem dänischen Bettenlager, das gibt es für um die 20 Euro, kann auch sein, die haben auch noch ein höherpreisiges für um die 50 Euro. Also, ich habe jetzt aber in der Tat bisher, dass ich ganz gut mit diesem hier klarkomme. Mhm. Ähm, also, das ist so das Aktuelle, aber ich bin so ein bisschen natürlich jetzt auch am Überlegen, ja, überprüfst es nicht nochmal. Genau. Ja. Okay. Ja, dann würde ich ein bisschen was sagen, Ben, wenn du so... Ja, weil, also, genau, weil ich habe das auch ausprobiert und bei mir ist es anders als bei dir. Ja, und, äh, ich habe jetzt tatsächlich zwei Folien vorbereitet, die ich gern kurz teilen möchte, ähm, damit man das auch ein bisschen sieht, was ich so ausprobiert habe. Ich teile mal einfach den Bildschirm, so, genau, und ziehe dich nochmal hierher. Genau, also, ich habe, ähm, verschiedenste Kissen ausprobiert, ja, und, ähm, das ist ja das, was du hast, ja, ähm, gibt es jetzt als Tempur, oder Tempur ist natürlich viel teurer, also mit, mit, mit dem, Memory-Schaum, ja, ähm, ich habe tatsächlich auch ein teures gehabt, ja, und diese Seite hier, ja, die war mir auch viel zu hoch. Ich hatte unglaubliche Probleme, wenn ich dann darauf geschlafen habe, dass in der Früh war alles komplett hart, ja. Dann habe ich es umgedreht, also so wie du und habe auf der Seite praktisch, äh, mit dem Nacken geschlafen, ja, aber auch da muss ich sagen, ähm, hatte ich enorme Probleme in der Früh und auch nachts, ja. Dann bin ich eben wieder auf ein Federkissen gegangen, ja, und dann hat ein Kumpel von mir, hat mir gesagt, Mensch, also, er hat Nackenschmerzen und, äh, das ist jetzt total in, also, ich nenne hier auch Namen, ne, da gibt es dieses Blackroll-Recovery-Kissen, das ist im Moment total hip, ja. Das ist auch Memory-Schaum und du siehst, da ist auch so ein Delle vom Kopf drin und es gibt auch zwei Seiten mit zwei Höhen, ja, und, ähm, er sagt, seitdem er da drauf schläft, ne, keine Nackenbeschwerden mehr. Und er hat auch einen Tinnitus, ja, und, also, auch das ist besser geworden und, ähm, das ist aber ziemlich teuer, das, glaube ich, kostet 120 Euro oder so, ja, und, ähm, okay, dann habe ich mir das gekauft und ausprobiert. Und, äh, Ben, ich habe das Kissen hin, habe eine Nacht geschlafen, ja, in der Nacht bin ich abgekackt und zwar voll, ja, ähm, dann hat mir meine Frau wieder die Wirbel gerichtet, ja, ich habe es dann nochmal eine zweite Nacht probiert und bin wieder voll abgekackt, ja, obwohl du sehr angenehm drauf liegst, ja, und meiner Meinung nach war das Thema, dass das Kissen hier zu hoch ist für mich, ja, dass das einfach zu hoch ist und den Kopf, dann in diese nach vorne geleigte, äh, Position bringt und, ähm, das habe ich also dann auch zurückgeschickt, das ging Gott sei Dank, obwohl ich drauf geschlafen habe, also, das war alles, äh, super, also, ähm, wie gesagt, mein Kumpel, der schwört absolut drauf, der sagt unglaublich gut, ähm, da muss ich aber auch sagen, er hat, ich muss das so sagen, er hat den Kopf sehr stark nach vorne, er hat einen Geierhals, das heißt, er hat, er hat einfach, äh, wenn du dich an die Wand stellst, hat er unglaublich viel Abstand, ja, und, ähm, deswegen, glaube ich, braucht der die Höhe, ja, und, also, ich bin jetzt wieder, ähm, und jetzt teile ich mal wieder an, teile ich mal wieder, bin ich jetzt wieder tatsächlich bei diesen Kissen, hier, ja, 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 alter Schweder, ja, ich glaub's nicht, Bulli, da sind ganz wenig Federn drin, ja, und in meinen ganz schlechten Zeiten, hab ich praktisch, ähm, wo ich gelegen bin, hab ich, äh, wirklich fast alle Federn weg, dass ich ziemlich flach lieg, hier ganz leichte, äh, Delle zur, zur Abstützung von der unteren Hals, einfach nur ganz leicht, ja, und ich mich hingelegt hab, musste ich mich immer so, so wie so ein Schintakt, musste ich mich hinlegen, so, ja, und, also, nicht den Kopf nach hinten, also, in dem Moment, wo der Kopf nach hinten gegangen ist, also, das ist so häufig bei diesen, äh, Schlafkissen, also, bei diesen Nackenkissen, dass der Kopf so ein bisschen nach hinten geht, bin ich voll abgekackt, und was ich dann noch gemacht hab, ich hoffe, man sieht's, ja, ich hab dann hier seitlich gestopft, ja, dass der Kopf weder nach links kippen kann, noch nach rechts, ja, wenn ich's nicht gut gemacht hab, und der Kopf ist ein bisschen gekippt, also so, ja, bin ich abgekackt, so, und, ähm, seitlich konnte ich ja jetzt die letzten vier Jahre sowieso nicht liegen, also, wenn ich seitlich gelegen bin, habe ich innerhalb von 30 Sekunden Herzprobleme bekommen und Angstzustände, ja, das heißt, seitlich ging gar nicht, ja, jetzt kann ich seit, ähm, drei Monaten wieder seitlich schlafen, genieße das auch, und, äh, wenn ich mich also umdrehe, forme ich's dann praktisch doppelt, weil da muss ja der Kopf viel höher liegen, damit du nicht so abknickst, ja, und, also, ich wache dann auf, richte das Kissen und lege mich hin und schlaf weiter seitlich, ja, ja, aber, ähm, ganz wenig Federn, und, ähm, genau, und, ähm, meine Erfahrung ist, nur meine Erfahrung, jetzt teile ich nochmal, ähm, dass die Höhe vom Kissen, ja, ähm, dass man die vielleicht, äh, messen sollte, und, ähm, ähm, ich gehe hier mal auf die nächste Folie, ähm, also, wenn das Kissen hier zu hoch ist, ne, dann biegt's dich hier so hoch, ja, und, äh, ich denke mal, gut, muss man ausprobieren, aber viele kacken ab, ja, und, äh, das Problem, was ich eben auch hatte, ist, wenn da die Nackenstütze zu stark ist, kippt der Kopf nach hinten, äh, da bin ich auch voll abgekackt, also, ich brauche ein relativ flaches Kissen, und, ähm, ich hab, das Foto ist von heute, ich war heute selbst überrascht, also, den Test macht man, wenn man praktisch an der Wand steht, ja, und den Kopf so ein bisschen Gin-Tuck macht, also ein bisschen nach hinten zieht, ja, wie viel Abstand ist da, ja, und da ist jetzt tatsächlich nicht mehr viel, ich weiß nicht, ob man es sieht, also, es ist vielleicht ein Zentimeter, ich führe das jetzt auf meine, äh, Übungen zurück, die ich da jetzt mache mit dem Brian Hutchison, also, diese Kurvenkorrektur, ja, ähm, ich hab jetzt tatsächlich innerhalb von zwei Monaten gut einen Zentimeter gut gemacht, äh, von der Entfernung dahinter, und, ähm, ich kann da auch den Dr. Rollbeck zitieren, ich hab den schon öfter zitiert, ich hab, äh, 13 Mal PRP bei ihm gemacht, in die Halswirbelsäule, er ist ja leider verstorben, war einer der wenigen, der, äh, in die Halswirbelsäule hinten gespritzt hat, ähm, und, ähm, der hat gesagt, ja, also, äh, mehr wie das sollte ein Kissen nicht sein, ein Kissen sollte praktisch diese Haltung stützen, solange man praktisch mit dem Kopf nicht hinterkommt, ja, ideal ist praktisch, dass der Kopf hier die Wand berührt, ja, dann brauchst du kein Kissen mehr, und, ähm, der Abstand, diese, diese Unterstützung brauchst du in Form eines Kissens, wenn du mehr hast, ja, biegt es dir den Kopf nach oben, und, ähm, ich, ähm, hab dazu nochmal, ähm, auch ein Video von Ross Hauser gefunden, was eigentlich ähnlich in die Richtung geht, warte mal, ich blätter nochmal um, ähm, der Ross ist ja einer der, äh, Experten weltweit für Kopfgelenksinstabilität, und der hat hier, ähm, zwei Bilder gemacht, und zwar eben einmal hier ohne Kissen, oder leichter unter, also da hat er so sein Lieblingskissen hier, das ist so eine leichte Unterstützung, da sagt er, da ist die Wirbelsäule ideal, ja, sieht man sogar die Brille, und dann eben mit so einem normalen Standardkissen, wo die Wirbelsäule nach oben gebogen wird, ne, und, ähm, genau, jetzt teile ich, tu ich nochmal anteilen, weil ich glaube, ich würde das Video gerne einspielen, ich muss aber beim Teilen nochmal den Ton einschalten, und, äh, dann nochmal freigeben, und dann klicke ich jetzt hier mal, ähm, ne, macht er mir den Link nicht, geht hier der Link, auch nicht, dann warte mal, dann natürlich nochmal anscheren, und mach das Video nochmal per Hand auf, das ist recht kurz, ähm, ich denke, es ist relevant, ich bin hier gerade ein bisschen am Rödeln, so, Link öffnen, genau, jetzt habe ich es hier, Moment, jetzt kann ich teilen, Teilen, Ton an, dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert, und jetzt starte ich hier mal, und du bist in dieser Position, das ist perfekt, wenn du eine Standard Pillow, dieses würde sich als Standard Pillow, wie sehr flexibel mein Neck ist, das macht das Neck Curve worse. Jetzt werde ich dir meinen Pillow, wie sehr squishy es ist, ich sogar noch packen, wenn wir zu Yellowstone hierher gekommen sind, es ist so squishy, so ich kann meine Neck in perfect posture, Okay, also das ist das Video. Ich übersetze es auch noch mal ganz kurz. Er hat praktisch das Standardkissen dann mal gemacht und hat da das Röntgengerät mal angeschalten, wie die Wirbelsäule nach oben gebogen ist. Und jetzt dann eben mit seinem Lieblingskissen, wobei ich eins sagen muss, sein Lieblingskissen, also wie er sich hingelegt hat, geht der Kopf ein bisschen nach hinten. In meiner Zeit hätte ich das nicht gemacht, ich musste immer so liegen. Also eher das Kinn nach unten, ohne diese große Krümmung zu haben, weil ich ansonsten voll abgekackt bin. Und ich glaube, das liegt tatsächlich dran, welches Problem du hast. Aber was ich sehe immer noch in der Selbsthilfegruppe ist, dass, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Ben, liegst du noch am Bauch? Liegst du manchmal am Bauch? Also ich habe mir das eigentlich weitestgehend abgewöhnt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz so extrem gewesen. Ich meine, klar, mit diesen Schlafstörungen hat man viel probiert. Und da sagte eine Arbeitskollegin, sagte auch mal zu mir, ja, wenn du dich auf den Bauch legst, das beruhigt uns zu der Zeit. Aber da ist ja der Kopf, das ist ja total verrückt. Also ich liege eigentlich, also ich sage mal so, ich habe im Moment eine Pause von, ich trainiere mir das an, auf dem Rücken zu schlafen. Das heißt, ich liege eigentlich auf der Seite. Und das spannt mich natürlich schon im Schlaf an, weil ich quasi immer so irgendwie mit einem Auge gucke, okay, gehst du gerade wieder Richtung Bauch? Weil das war natürlich schon immer dieses Halbseite, Halbbauch, Einschlafen mäßig. Aber probiere halt so, dass ich jetzt meine Knie wirklich anwinkele. Zur Not nehme ich noch was zwischen die Knie, dass ich halt diese seitliche Position halten kann und strecke quasi die Arme aus, weil das stabilisiert mich dann in der Seitlage. Und da habe ich eigentlich im Moment das Gefühl, dass ich dann relativ stabil die Nacht über, also auf beiden Seiten, auch wenn man sich dreht, die Position halten kann. Also auch, dass der Kopf, also da habe ich schon das Gefühl, dass er zumindest mit dem Kissen, was ich im Moment habe, relativ stabil bleibt und nicht so viel, ja, nicht irgendwo hingeht, wo er nicht hin soll oder so. Ich meine, das mit dem Antrimieren hat sich bei mir eigentlich erübrigt, weil wenn ich nur ein bisschen mich zur Seite gedreht habe, habe ich neurologische Probleme bekommen und zwar heftig. Ja, das heißt, also ich hatte auch Angst vom Bett gehen. Ich hatte Angst, weil wenn ich abkacke, dann ist es meistens im Bett. Ja, und wenn du dich nachts irgendwie gedreht hast, dann bist du komplett aufgewacht und dann war die Nacht im Arsch und der nächste Tag im Arsch. So, das heißt, ich habe tatsächlich, das Maximale, was ich gedreht habe, ist, dass du die linke Pobacke mal stärker benutzt vom Gewicht oder die rechte. Aber oben war ich wie ein Stein, dann kannst du dir vorstellen, dass du natürlich da auch voll die Rückenschmerzen entwickelst, auch im unteren Bereich, weil du dich ja nicht mehr bewegst und dann praktisch die Faszien ja praktisch voll verkleben über der Nacht. Ja, das ist schon Wahnsinn. Was auch bei mir seltsam war, in der Schlafposition, fremde Betten konnte ich nicht verwenden. Beim fremden Bett konnte es sein, dass ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte die Nacht. Es war in der schwierigen Zeit auch so, dass der Winkel des Oberkörpers leicht gebogen hat sein müssen. Das heißt, das Bett hat leicht sich nach oben krümmen müssen, also dass ich praktisch so ein bisschen war mit dem Oberkörper. Ich gehe einfach davon aus, dass die Vorderseite fasziell verklebt hat und wenn ich mich nach hinten gerade gelegt habe, haben praktisch die Faszien oben an der Halswirbelsäule gezogen und die Wirbel verzogen. Ist nur eine These, ja. Aber ich musste praktisch immer so ein bisschen gekrümmt liegen. Das kann ich jetzt. Ich kann jetzt völlig gerade liegen, aber es war ein sehr harter Prozess. Also das ist ja immer unterschiedlich, aber tendenziell sage ich, also Bauchlage geht gar nicht. Seitliche Lage nur mit richtiger Unterstützung von der Höhe, dass du den Kopf nicht in die Richtung oder in die Richtung drehst, weil da haben die meisten ja ihre Probleme. Und am besten ist eigentlich Rücken und zwar so abgeschirmt, dass du mit dem Kopf nicht nach links und nach rechts fallen kannst. Und das ist schon, sag ich mal, ein hohes Level, das irgendwie hinzukriegen. Also du hast das wirklich so mit dem Kissen, wie du das gemacht hast, müsste ich mich nochmal, ich meine, ich kann es ja dann jetzt nachgucken. Also ich habe in der Selbsthilfegruppe auch mit Leuten, mit einer Person Kontakt gehabt. Leider weiß ich den Namen nicht mehr. Der kann seit drei Jahren nicht mehr schlafen im Bett. Der schläft seit drei Jahren auf einem Stuhl mit dem Kopf an der Wand. Also das ist schon heftig. Das ist wirklich Wahnsinn. Also meine Quintessenz ist, die Kissen muss man ausprobieren. Es gibt wahrscheinlich nicht das ideale Kissen, aber was meiner Meinung nach schon wichtig ist, ist die Höhe vom Kissen. Und da ist der Test an der Wand, glaube ich, ziemlich gut. Und dass das Kissen, dass der Kopf halt nicht so viel nach links oder nach rechts fliegt. Ja, ja, definitiv. Also ich meine, das Thema war ja auch schon mal da, von wegen mit Halskrause nachts und so. Da habe ich mich bisher total fern von gehalten, weil da kann man sich ja auch richtig mit abschießen. Ja, genau, da habe ich mich direkt daran erinnert. Zwei Wochen, ja. Zwei Wochen war ich weg vom Fenster. Also ich habe schon auch gearbeitet, aber das war nicht lustig. Nee, also ich meine, ich kenne das ja selbst. Man schleppt sich dann zur Arbeit mit Symptomen. Man probiert es, dass es einem nicht angesehen wird. Ich meine, gut, der ein oder andere Kollege oder auch, sage ich mal, von den Kunden, Patienten, wie auch immer, hat sich vielleicht auch schon mal was gedacht. Aber, ja, was soll man sagen? Auf der anderen Seite ist es natürlich dann in manchen Momenten gut, weil es sich dann wegbringt von diesen Symptomen. Und, ja. Ja, und ich denke auch, du wirst lange Zeit irgendwie Probleme haben. Wenn du wartest, bis du komplett gesund bist, dann nimmt dich keiner mehr dann. Das heißt, man muss sich einfach ein bisschen, wenn es geht, einigermaßen in die Arbeit dann reintun, weil, bis du symptomfrei bist, das dauert sehr lang. Ja. Genau. Nee, cool. Ich glaube, wir haben, ich hoffe, wir haben einiges rübergebracht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, Ben. Ja. Ihr müsst es beurteilen, wie du kommentiert, ja. Gerne. Gerne gesehen. Und unterstützt. Nee, aber ist cool, Ben, dass du dich da drauf eingelassen hast. Das lebt ja auch davon, dass wir uns selbst mit einbringen auf dem Kanal, ne? Ja. Ja. Und ich sage auch, wenn jetzt jemand mal einen coolen Beitrag selber drehen will, ja, und da im Video, also ich bin da voll dabei, dass das nicht so auf mich fixiert ist immer, ja. Dass einer mal sagt, was weiß ich, ich habe jetzt hier, was weiß ich, da gibt es ja jetzt diese Geräte, wo du den Vagusnerv beruhigen kannst, ne? Du kannst ja da so hinklemmen, ja. Habe ich ausprobiert, mache ich ein Video drüber. Also, ich möchte euch da nochmal ermutigen, wenn es gute Beiträge sind, ja, und relevant, dann lade ich die hoch, ja. Also, der Kanal lebt praktisch von uns. Und deswegen finde ich es auch wirklich klasse, Ben, dass du jetzt heute da die Zeit und den Mut gefunden hast. Das gehört ja auch immer dazu, ja, hier dich einzubringen. Und, ja, bitte kommentiert, ja, schildert eure Erfahrungen hier, gebt uns ein Like, ja, schickt uns ein Bussi. Und, ja, dann würde man es dabei beschließen, vielen Dank, Ben, nochmal. Gerne, Uli, gerne wieder und bis dahin natürlich alles Gute und, ja, viel Heilkraft, sage ich mal, ne? Viel Heilkraft, ja. Viel Heilkraft. Viel Heilkraft. Viel Heilkraft. Vielen Dank.